Hey Freunde, willkommen zur dritten Tour und zur dritten Tour haben wir als Finale gleich vorweg die Exorcist 3. Ein schöner Verbund für wenig Geld. Wir haben hier die guten alten Dragon Rockets. Vom Aussehen her sehr besondere Raketen. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt. Von GBV Veko. Dann haben wir eine Gulgurt von Leslie. Wir haben eine Little John 19 Schuss. Wir haben die Fountain A von Pyro Group Europe. Wir haben eine Nuklear 3 12 Schuss von Veko, GBV Veko. Wir haben eine Hashtag Watt Tank. Ein Pyroland Single Builds. Wir haben die guten alten Summerlords. Wir haben ein paar Spanish XL Cracker. Wir haben die gute alte Kelle. Die jude alte Kelle. Und wir haben heute mal Hawk Biller bzw. Black Hawk in grün und in rot. Und dazu noch den Silver Thunder. Also Freunde, ich hoffe die Vorfreude Tour gefällt euch so in der Zusammenstellung. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal raus. So Freunde, wir starten bevor der Wind noch schlimmer wird mit der dritten Vorfreude Tour. Wir haben hier die Tagesartikel. Und dann würde ich sagen, ich zeige es euch danach noch mal kurz in der Kamera und dann zünden wir sie gleich an. So, wir fangen an mit dem Black Hawk. Grüße gehen raus an Hawk Fireworks. Einmal rot, einmal grün. 0,85 Gramm GBV Veko. Ich hätte jetzt gedacht, wenn die alle so wären, das wäre schon mal so ein Ranzig-Video. Okay. Ja. Also genau wieder das gleiche wie bei den Vorfreude Touren davor. Die Böller heißen anders, haben das gleiche an NEM, sind nur anders gelabelt. Auch vom Knall her eigentlich normal. Also sehr gut eigentlich für die Größe. Hm. Weiß ich nicht, Digga. So, dann schauen wir mal. Wir machen weiter hier mit den Spanish XL Crackern oder beziehungsweise das Pack heißt XL, weil da ein paar mehr drin ist. Kann man sagen, so ein A-Böller mit kleines Mäntelchen. Auch wieder von GBV Veko. Ja, die waren jetzt so ein bisschen lauter, beziehungsweise heller im Klang wie die davor. Ja, ganz leicht. Ja, durch den Wind hört man das wahrscheinlich nicht so. Aber so. Und der letzte von diesen Spanish XL, GBV Veko. So, dann machen wir gleich weiter mit den Silver Thunder auch von GBV Veko. Wir haben hier eine NEM von 24 Gramm aufs ganze Paket. Wir schauen mal rein. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sind so, naja, 0,4 Gramm schmeiß weg, schnell Dinger. Und die sind schon sehr dreck. Zünden wir einfach mal welche weg. Oh, die Zündschnur ist Silber. Oh, und vom Klang her auch sehr gut für 0,4 Gramm. Wenn ihr das so seht, die Lunte ist Silber. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die kleinen Dinger so laut sind. Also für mich jetzt schon mal, also wirklich eine Empfehlung eigentlich. Ja, wirklich. Ich finde die geil. Zeigen so in Nacht, wenn man so nachts zündet. Die Silberfunken kommen bestimmt sehr schön. Ach komm, machen wir noch zwei, welche sie so schön sind. Auch für 0,4 Gramm, echt gut. Dafür ist der Wind scheiße. Ich weiß immer, ob ich so laut sprechen muss oder nicht. So, dann machen wir zum Schluss die allseits bekannte Knallkette. Das ist auch die letzte übrigens. Das heißt, im vierten Teil gibt es keine Knallkette. Dann sind zwei VEs Knallketten weg. Zwei ganze VEs. So Freunde, die Knallkette. Bis gleich im Dunkeln. So, wir starten mit den Summer Kings oder Summer Lords. Oh. So, geht das Feuer nicht mehr aus hier. Vermiet der mein Feuer, achso. Nochmal, kommen wir los. Ich finde die immer noch kräftig, heftig. Dritten. Dann machen wir noch einen. Hey, weg war er. Und den letzten. So. So. Du hast noch nie gedacht, was? Ne, auch nicht. So, Lil Jon. So, dann machen wir hier den Vulkan. Founden A hieß der, glaube ich, oder B oder irgendwie sowas. Die Neuheit von Pyro Group. Die Neuheit von Pyro Group. Die Neuheit von Pyro Group. So, dann machen wir noch mal. So. 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 für sieben oder acht euro wir waren hier jetzt das singe bez für euch für die vorfreude und los geht's oder wo ist denn die zinschnur da ist sie gefunden schön jetzt hier die garde wo aber wie die heißt ich kann es ja noch nicht so richtig aussprechen die klammern wir hier ein bisschen ein gesundheit für die kleine batterie echt so machen wir weiter mit der nuklear attack glaube ich hieß sie dann schauen wir mal wie die so ist in der vorfreude entdeckung ja leider umgekippt obwohl sie eigentlich hätte ja auch nicht umkippen dürfen so jetzt haben wir hier den watt tank für euch wie versprochen schon mal eingebaut vielleicht dass er nicht umkippt ja schön aber kurz so wir machen die kleinen dragon rockets schauen wir mal wie die größe sehr gut hätte jetzt nicht gedacht hat er passt eine grüne eine rode so die nächsten so freunde wir kommen zum finale der dritten vorfreude tour und zwar mit den exorzist 3 okay so so Untertitelung des ZDF, 2020 Schönes Finale für den Fettel. Schönes Finale für den Fettel.